Hier ist eine Baustelle. Oh nein! Oh nein! 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 Was ist hier passiert? Und man sieht schon im Hintergrund hier hinten, wie sich die Stadt auf einmal doch deutlich nähert. Also geht es wahrscheinlich wirklich um diese ganze Verbreitung der Städte, was wir alles so platt machen. Auch dieser ganze Garten ist hier sehr verwuchert inzwischen. Die Pilze sind auch schon überwuchert. Es ist ganz zugewachsen. Es ist, als ob wir jetzt schon jahrelang weg waren und wir lesen mal eben, was hier drauf steht. Dass, wenn ich, verzweifelt gesucht wird, Jeremias Haselnuss, seit acht Monaten verschwunden. Seit acht Monaten verschwunden? Oh nein! Wie krass. Hat er uns jetzt echt so arg beschissen, dass wir dachten, dass das dauert ja bloß eine Nacht oder was weiß ich. Unser Haus. Es sieht alles so anders aus. Wie kann das sein? Mutti! Sie muss doch irgendwo hier sein! Tja, Mutti scheint nicht mehr in der Nähe zu sein. Und hier das Baustellenschild. Moment, jetzt gucken wir uns auch nochmal eben an. Baustelle? Aber, aber hier wohnen wir doch. Wahrscheinlich nicht mehr lange. Oder gar nicht mehr. Boah! Und die Stadt ist riesig gewachsen. Das sieht aus, wie eine große, graue Welle, die auf mich zurollt. Aber meine Schule ist noch da. Das sieht aus, aber mein... Können wir denn da runter gehen? Die Eulen... Der Baum! Aber der stand hier doch schon immer! Jetzt ist er... Ist er einfach weg! Können wir denn irgendwie mit einem Hochschulstimmer was bewirken? Schade. Ich weiß gerade echt nicht so richtig, was ich machen soll. Das ist echt hart. Warum sollte denn hier jemand die ganzen Bäume absägen? Was soll das? Die Eulenmauer ist noch da. Ob die mit uns redet? Nie. Oh, der Ratersuch hat nicht geklappt. Die Eulen... Oh, Mann. Wohin müssen wir denn jetzt? Was sollen wir jetzt tun? Das Portal nach Mauswald ist noch ein Spalt geöffnet. Habe ich es falsch benutzt? Wenn der Makino hier wäre, um mir zu helfen. Okay, also hier können wir nicht wirklich viel machen. Der stinkt ja noch mehr als sonst. Stechen wie Mamas Putzmittel. Ja, da ist doch ziemlich viel Öl drin, wenn man das so sieht, wie das so schimmert. Also wir können hier wahrscheinlich nicht wirklich was machen jetzt gerade. Gucken. Oh Mann, das klingt alles gar nicht gut, Leute. gar nicht gut. Tja, was machen wir denn jetzt hier? Die vernagelte Tür? Da ist niemand. Mama? Ähm, ja. Was ist hier passiert, Zwerg? Genau, erzähle es uns, Zwerg. Was ist hier passiert, Zwerg? Okay, aber ich... Er hat versprochen, dass ich rechtzeitig zurück bin. Der Marquis hat gesagt, dass ich rechtzeitig zurück bin. Der Marquis hat gesagt, dass ich rechtzeitig zurück bin. Wo bist du nur, mein kleiner Schatz? Wo bist du nur, mein kleiner Schatz? Verzeih mir. Bitte. Und vergiss mich nicht. Mama! Vergiss mich nicht, mein Sohn. Er, er hat's versprochen. Oh Mann, das ist doch schlimm. Ich habe keine Lust mehr. Er tut mir leid, der kleine Jeremias. Hm, schade. So ganz ohne Mama da rumzusitzen. Oh Mann. Und auf einmal... Wer weiß, wie viel Zeit es auf einmal ist. Ich weiß es nicht, wie viel vergangen ist. Aber es scheint doch schon eine ganze Menge zu sein. Acht Monate lang wurde er gesucht. Und die Statue erzählt uns gerade, dass... Ja, dass das alles schon etliche Jahre her ist. Und das ist schlimm genug. Und wir müssen jetzt irgendwie versuchen, irgendwas zu machen. Und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Das ist doch alles sinnlos. Ich dachte, vielleicht können wir uns unsere Freundin holen. Ich habe keine Lust mehr. Scheint aber nicht so richtig zu helfen. Denn der gute Jerry ist einfach viel zu niedergeschlagen. Was man auf jeden Fall verstehen kann. Ich versuche jetzt gerade mal irgendwie rauszufinden, was ich noch machen kann. Und das scheint nicht allzu viel zu sein. Hauptsächlich kann ich ins Inventar gehen. Und irgendwas ausprobieren. Mama. Ach Leute. Es tut mir leid. Können wir uns auch zu uns selbst einfach machen? Ja. An einem Sommerferientag ist alles möglich. Wo bist du nur, mein kleiner Schatz? Keine Sorge, Jerry. Alles, was verloren geht, wird wieder auftauchen. In dunkelster Nacht, schwarz und kalt, kann man die Sterne am besten sehen. Wusstest du das, Jerry? Jerry! Aufstehen, du Schlafmütze! Ein einzelner Hüpfer, sag ich immer, ist nicht so schwer. Und viele Hüpfer zusammen können dich überall hinbringen. Aber wir können auch mein Fahrrad nehmen. Du musst den Bann brechen. Du allein kannst ihn aufhalten. Ich werde rechtzeitig zum Abendessen da sein, Mutti. Versprochen. An einem Sommerferientag ist alles möglich. Und ich? Ich hab zwei davon. Ich muss zurück nach Mauswald. Der alte Magier weiß sicher, was zu tun ist. Das weiß er ganz sicher. Also geht es auf zurück. Mit voller Motivation. Legen wir jetzt los, um die Weltherrschaft an uns zu reißen. Beziehungsweise die Welt zu retten. Das Portal nach Mauswald ist noch einen Spalt geöffnet. Mal sehen. Na komm, Jerry, das schaffst du. Ich bin Jerry Haselnuss. Schüler des Marquis de Hôton. Ich werde nach Mauswald zurückkehren, um das zu korrigieren, was falsch gelaufen ist. Ähm, was auch immer das sein mag. Es hat funktioniert. Oh Mann. Kein Wunder, dass der Marquis immer so komisch redet. Damit kann man sogar Portale öffnen. Ja, dann mal durch, Jerry. Und auf zurück nach Mauswald. Nach dem tiefen Niederschlag gerade. Jerry. Du bist also wirklich ein Baumläufer? Die Geschichten sind also wahr. Ich wusste ja, dass du was Besonderes bist. Haha. Ich bin nur ein einfacher Junge. Jerry, wir brauchen deine Hilfe. Die meisten der Bewohner von Mauswald sind in einen tiefen Schlaf gefallen. Es passierte, nachdem sie mit den seltsamen Fremden gesprochen haben. Fremden? Zuerst dachte ich, es seien Menschen. Aber es waren Wurden. Masken. Die habe ich auch schon getroffen. Der alte Magier vom Stadtrand hat einen von ihnen in einer magischen Flasche eingesperrt. Doch ein paar andere von ihnen treiben sich noch im Mauswald herum. Wo ist der alte Magier jetzt? Ich muss ihn sprechen. Er ist nach Hause gegangen, um noch mehr von seinen Flaschen zu holen. Aber jetzt ist er auch verschwunden. Quack. Keine Sorge. Ich werde ihn suchen. Pass auf dich auf, Jerry. Sonst werden die Fremden dich auch einschlafen lassen. Sei auf der Hut. Du auch, Plato. Ich werde Anja suchen. Hoffentlich geht es ihr gut. Quack. Oh man, also hier geht es auch gerade ordentlich zur Sache. Und ich würde sagen, wir machen einfach gemeinsam das nächste Mal weiter. Was ich euch übrigens noch sagen wollte, es tut mir leid, dass jetzt in der letzten Zeit recht wenig Folgen kamen. Aber naja, das Wetter ist gerade so schön. Und hier in Bremen gibt es gerade die Bremen gerade so ein kleines Kulturfestival, wo ich uns jetzt die letzten paar Tage recht viel rumgetrieben habe. Und dementsprechend irgendwie nicht so viel Zeit zum Aufnehmen hatte. Tut mir leid, es wird wieder besser. Aber im Sommer ist es halt auch immer ein bisschen schwierig, denn naja, man will ja auch mal raus. Gut, soviel eben dazu. Wir hören uns dann gemeinsam in der nächsten Folge wieder, wenn es hier sehr, sehr spannend mit The Night of Surrounded weitergeht. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Denkt dran, Like macht Spaß und so. Wir sehen uns dann. Bis dahin, euer Jubil. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.